sag mal bitte renne was das kann teamspiel ändern so nur ein sag mal bitte was sagt mal bitte was danke sollte besser sein wollen wir wollen wir das realways runter ja vari hat mal vari hat mal einen rolli nachgebaut für die ja lustigerweise auch lila war als hätte ich es geahnt und gewusst und der hat schon eine knarre nicht sein ernst ja ich bin schon da und ich bin gleich tot wir waren wahrscheinlich schon weg oder so fun fact fun fact es kann jetzt sein dass ich auch weniger rede weil ich jetzt im fokus bin du kannst ja auch einfach mitmachen und in den warte bereich kommen wäre eine idee blumen machen wir hier nennt die mimi wir waren bis gerade noch drin so nämlich so den einen habe ich du immer ewig braucht und wir kommen daran herr blumen wir werden sie genauso beschissen wie nebenan den habe ich von missie gelernt hat was ja schon magnetos hallo guter muss los tschüss weg da nein ich habe noch keinen von euch hallo wissen du ich bin oben irgendwo ich bin oben irgendwo ich bin oben irgendwo mich wüsste ich aber nicht finden und renni liegt es unten 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 ja gut ach der kollege hat seinen kollegen schock holt ok warum muss ich euch jedes mal holen wo liegst du denn nur rein oben kannst auch einfach weglaufen weil ich glaube dass ich du liege ungünstig du liege da oben alles klar ja ach ich hole dich alles gut dann gehen wir hier hoch dann gehen wir da hoch dann gehen wir da hoch dann gehen wir da hoch so jetzt bin ich oben da hinten liegt die nur rein hallo nur rein hallo ja kannst du gerade eben ziehen vielleicht ich gucke ob ich einfach den namen dann kann ich ihn kicken aber dass das will ich na dann holen wir euch gleich mal wieder ich ziehe dich gleich hase habe gerade nur eine andere mission ich verfolge doch irgendeiner wieder dann zumindest gerade so als würde jemand mich verfolgen naja die handschuhe die oben im ersten stock liegen sind meine stehen liegen fahren höhen verstellen oha das ist ja einiges ach mist es waren doch gar keine handschuhe naja dann ziehen wir mal den herrn blu hallöchen blu ach den bot habt das schon geholt eigentlich runter ziehen eigentlich runter ziehen weil ich es probiert habe und es ging nicht okay muss ich mal nachher gucken ob da was noch falsch eingestellt ist möglich hallöchen usu du bist jetzt da du bist aber auch leise sag mal bitte noch mal was hase ich sag mal wagen noch mal was noch mal bitte noch mal bitte so jetzt sollte alles passen weil ihr ist mit dem auto ja so so dann gucken wir mal wo es hingeht mit uns die reifen klingen immer als wären sie platt aber gut ich fahre ja auch so als wären sie platt da liegt eine krone oh du hast die nicht angeeignet doch oben auf dem dach wo genau da wo ich gerade rum krabbel hier oben immer noch oben kannst du deinen bot eventuell schicken mit zum heilen nein nicht tanzen nicht tanzen und danke naja mit kids und water ja das auch noch danke und weiter unten lag ich habe ich schon ich habe magneto und nitro ja 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 danke für das irgendwie wiederbeleben und so ja dann geburt mhm gönn dir wo bist du da hier ist noch eine eblische die nehme ich dafür nehme ich die nicht mit da 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 auf der brücke mhm also zielen kann ich halt nicht aber es ist egal das hat sich doch für mich gelohnt ich habe meine krone und ich bin nicht gestorben ja ich nehme die mit die verbände mit und die werden hoch kommen ich nehme die nuk-cola mit dankeschön fürs putzen däumig fahren mit dem auto weg fahren in die richtung kommt doch nicht wieder ja wenn die zu weit weg sind dann ist alles weg hallöchen zwiewo mhm mhm ja was wollen wir machen ne ich nehme das andere auto äh nimm den geschützturm genau und die reifen die können auch gut sein ne die waren scheiße ne geländereifen ich finde die geländereifen damit lässt sich das auto besser fahren auch über wasser und so mhm mhm oh da hinten mhm oh kann man durch so irgendwie ist es ausgestattet nehm nochmal einen anderen ja da freut sich doch das mischelchen auf dem rücken so ich habe da alles nicht alles aber reicht mir was er wollte ich will nicht ich wollte die nur weg haben ich habe das wichtigste als er was waren das wo ist denn der schon da und er ist noch gekrabbelt an der tankstelle ob denn er ist auch da und dahin schießt nur eine bisschen angefahren ja Ah, hinter dir ist noch einer. Oben auf dem Dach ist auch noch einer. Nein. Ein Leckerchen für die kleine Maus, kriegt sie. Es wird ein Hühnchen. Wird getötet. Das war zu viel, das waren zwei. Ja, aber egal. Spaß muss man haben.